Herzlich Willkommen hier bei Wheel of MMA zu einer erneuten News-Ausgabe. Heute mit sehr spannenden News, also lasst auf jeden Fall einen Kommentar mit eurer Meinung da. Gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung bei iTunes, falls ihr das Ganze bei iTunes hört. Denn wir wissen ja, Jon Jones möchte hoch in das Schwergewicht. Israel Adesanya möchte jetzt aber das Halbschwergewicht erobern und da gab es ein Hin und Her. Ja, UFC-Boss Dana White sagte jetzt, er hatte das beste Gespräch mit Jon Jones, das die beiden jemals überhaupt geführt hatten. Jon Jones will zurückkommen, Jon Jones ist ready, Jon Jones will kämpfen. Dabei denkt Dana White, dass Jon Jones gegen Israel Adesanya 2021 stattfinden wird. Vorher werden wir jedoch Israel Adesanya vs. Jan Blachowicz sehen. Ja, wir sehen nicht zuerst Adesanya gegen Jones und dann Adesanya gegen Blachowicz oder sowas, sondern wir sehen zuerst Israel Adesanya gegen Jan Blachowicz. Bedeutet, Jones kämpft zuerst im Heavyweight, Adesanya im Light Heavyweight und scheinbar treffen sich die beiden dann. Spannend wäre natürlich die Idee, gehen wir mal davon aus, Adesanya gewinnt gegen Blachowicz, holt sich damit den Gürtel und Jon Jones kommt dann quasi zurück in das Light Heavyweight, sagt, hey, das ist mein Gürtel, du trägst hier gerade meinen Titel, ich hole ihn mir zurück und dann gibt es den Superfight. Das wäre eine mega spannende Idee. Ich denke, auf diese Story arbeitet die UFC auch gerade hin. Ich denke, das ist das, wo die UFC hin möchte. Auf jeden Fall ist Adesanya gegen Jones in der Mache und spannender könnte es in den oberen Gewichtsklassen nicht werden. Das Gute ist auch, das heißt ja schon, okay, Jones im Heavyweight, aber nicht gegen Stipe, weil Stipe kämpft gegen Francis Ngannou. Ngannou ist ein bisschen frustriert, auch ein bisschen genervt von der UFC tatsächlich, aber Ngannou wird gegen Stipe kämpfen und nicht Jon Jones gegen Stipe. Das war auch so eine Sorge von vielen Fans. Ich dachte mir auch, Mensch, was wenn jetzt Dana White sagt, wir machen Jones gegen Stipe, weil Jones nun mal der größere Name ist, aber nein. Stipe Miocic vs. Francis Ngannou und später 2021, irgendwann 2021 dann Jones vs. Adesanya. Dann war es sehr, sehr spannend, dass Dana White auch gesagt hat, dass Thurg Rose, Rose namer Jonas, keinen Titelkampf möchte und sie dementsprechend auch nicht um den Titel kämpfen will. Scheinbar soll es da zu viel Druck gegeben haben und so weiter und so fort. Pat Berry aber, der Ehemann von Rose namer Jonas sagt, das stimmt nicht, wir wollen den Titelkampf, wir wollen das aber jetzt nicht so öffentlich rausposauen und so weiter, aber falls es da ein Missverständnis gab, dann kann mich Dana White gerne kontaktieren. Spannend, kleines Hin und Her, mal schauen. Rose hat ja jetzt gegen Jessica Andrush gewonnen, sah da auch gut aus, vor allem in der ersten Hälfte des Kampfes. Vielleicht sehen wir ja Rose namer Jonas gegen Weili Zeng zum Beispiel. Spannend wäre es. Bock auf den Kampf hätte ich auf jeden Fall. Und was meint ihr? Wer hat Bock auf Stipe vs. Ngannou? Jones gegen Adesanya? Leute, es kommen so geile Kämpfe auf uns zu. Ich hoffe, ihr freut euch, denn ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare. Folgt WeLoveMMA gerne bei Instagram. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.